Sekunden zwischen Leben und Tod in den Flammen. Dramatische Bilder aus Las Vegas. Ein Fahrer ist mit seinem Wagen gegen eine Palme gerast. Er ist im Auto eingeklemmt, der Motor qualmt, unter dem Auto züngeln schon die Flammen. Ein Polizist und ein Passant reagieren blitzschnell. Überwachungskameras und die Bodycam des Polizisten zeigen die dramatischen Sekunden der Rettung. Plötzlich Aufruhr am Straßenrand. Passanten rufen lautstark Feuer. Die beiden Männer reagieren unverzüglich. Sie ziehen den bewegungslosen Fahrer aus dem Unfallauto keine Sekunde zu spät. Flammen brechen unter dem Fahrzeug hervor, breiten sich rasend schnell im Fahrerraum aus. Der Fahrer wird mit leichten Verletzungen durch den Unfall ins Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrens und der Alkoholeinfluss verantworten.